Herzlich willkommen bei IMPTV! Die heutige Folge steht ganz im Zeichen des Triforce. Ab dafür! Die neue Nintendo-Konsole Switch ist draußen und mit ihr auch Breath of the Wild, das neue Zelda-Spiel. Meiner Meinung nach ist Breath of the Wild die Definition eines Open-World-Games. Die Welt selber ist nämlich quasi der Hauptcharakter des Spiels. Ihr könnt die komplette Welt erkunden, ihr könnt auf jeden Berg draufsteigen und, wenn ihr oben seid, mit eurem Gleiter wieder runterfliegen. Es gibt unendlich viel zu entdecken und es macht richtig Bock. Die Grafik kann sich vielleicht nicht unbedingt mit der PS4 messen, aber das ist man von Nintendo ja schon gewohnt. Und ich finde, in diesem Comic-Style ist Breath of the Wild auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Es gibt Früchte auf den Bäumen, ihr könnt, wenn ihr wollt, das Gras in Brand setzen. Es gibt wilde Tiere, es gibt eigentlich alles, was man sich so wünscht in so einem Open-World-Spiel und ihr könnt sogar ein kleines bisschen craften. Also alles in allem ist Zelda Breath of the Wild mein absolutes Lieblingsspiel von 2017. Bei EMP gibt es pünktlich zum Release einiges an Merch, von dem ich euch heute ein bisschen was vorstellen möchte. Zum einen haben wir hier diese coolen Breath of the Wild-Poster. Ich habe euch mal eine Auswahl davon aufgehängt. Ihr seht, die erinnern ein bisschen an Ölgemälde und mir persönlich gefallen die Motive echt gut. Außerdem habe ich noch ein paar T-Shirts für euch im Gepäck, nämlich einmal dieses schlicht grau-blaue T-Shirt mit Link vorne drauf und hier dem Breath of the Wild-Logo. Und noch dieses gute Stück hier. Es ist ein bisschen schlichter, in schwarz gehalten, kann man immer gut im Kleiderschrank haben. Vorne drauf ist das goldene Breath of the Wild-Logo und aufgepasst, hinten das Master Sword. So, das war es von mir. Ich gehe jetzt erstmal noch eine Runde zocken. Meine Switch steht schon bereit, ich freue mich schon. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr in der Zwischenzeit ja mal unter emp.de vorbeischauen. Da gibt es haufenweise Zelda-Merch zum neuen Game. Hier geht es zu unserem Kanal, könnt ihr ein Like oder ein Abo dalassen und hier kommt ihr zu unserem letzten Video. Ich bin der Matt und ich bin in Hyrule. Wir sehen uns wieder.